Was ich halt jede Woche, ähm, mach, um zu schauen, was ich die vergangene Woche so erwirtschaftet hab. Also irgendwie leckt jetzt. Sollte nicht mit dem Ding mitlaufen. Warum rennt denn unser Heiler einfach Open Field? Das muss ich jetzt nicht verstehen. Bei nem Pyromage? Ah, okay, der hat mich gesehen. Okay. Killed. Cheap Shot. Hero Silence. Veneta. Meteor. Combustion. Dragon Breath. Smoke Bomb. Poly. Success. Blind. PS. Evasion. Counter. Counter Spell. Success. PS. Warte, jetzt sehen wir das hier. Okay, er hat's halt... Okay, der Priest ist halt echt... Ist halt echt gut. Hast du gesehen? Der hat mein Laser... Hat er ge-shadow melted. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Shadow Theme. Vanish. Cheap Shot. Gros Silence. Trinketet. Bestes Minus. Poly. Poly. Counter. Success. Kick. Ha, habt ihr gesehen? Da war wieder mein... Mein Laser. Deswegen nie gegen den Guardian eng zusammenstehen. Das geht immer schlecht aus, finde ich. Weg gelasert. Okay, Cauterize. Ich hab kein Shapeshift-Makro, ne? Ich muss es mir nur machen. Ich muss das jetzt per Hand klicken, quasi. Okay. Easy. Da kommt der Damage Train. Oh nein, mein anderes WoW ist auch gedisconnected. Oh Leute. Jetzt sag nicht, dass WoW komplett down ist oder mein... Geht der Stream noch? Aber mein Stream scheint noch zu laufen. Was ist denn jetzt los? Ach, komm. Jetzt aber schnell wieder rein. Was war denn das gerade schön? Ich bin aus beiden WoWs rausgeflogen. Ja, genau. Aber jetzt ist natürlich der Ladebalken fünf Jahre, ist klar. Einfach mal ein Disconnect in der ersten Arena bekommen. Ja, läuft. Jetzt haben wir ewig nach einem Heiler gesucht. Und jetzt so eine Scheiße. Kennt ihr das? Jetzt habe ich halt auch keinen Sound mehr. Okay, Full Hammer. Der will auf den Rogue gehen. Okay. Jetzt hat er schon mal babbeln müssen. Okay. Okay. Sie lassen mich halt durchcasten. Ist der Stream offline? Aber wir gewinnen hier gerade. Loft. Oh, ich habe Hosen gekriegt. Uiuiuiuiui, 1600er MMR haben wir. Gut. Ich war nicht auf. Nee, weil ich dachte jetzt halt wegen hier Dingster Wumster. Jetzt muss ich mein zweites WoW wieder öffnen. Zwei Millis, das ist gut für mich. Das können sie aber dispeln, oder? Ich glaube, ich sollte mit einem anderen Trinket spielen. Ja, in der Rache, da kannst du übelst gut hochleachen. Kann ich ihn jetzt angucken? Ah, okay. Er hat eine 1900er Wertung. Das ist... Aber gut. Alter, ich dachte, ich habe das gekriegt. Ja, oder eine 1700er. Ja, gut. Okay, er zieht halt auch hoch vom MMR wahrscheinlich. Was eigentlich... Also wenn du Rating machen willst, eigentlich nicht schlecht ist. Aber wenn du nur gegen Lobop spielen willst... Damn, ja, mir ist egal. Wir können den Rock umhauen. Er hat halt Transfer hier, ne? Den Monk würde ich tatsächlich nicht spielen wollen. Shit, wir müssen da halt drauf. Da ist der Hildred. Bäm, haben wir ihn weggeschottet. Hehehe. Oh shit, mein Rock stopp. Huuhu. Huuhu. Oh fuck, was kann denn der rollen? Jetzt spottet er sich gleich. Ja, Transfer. Ich habe vorher schon ausgeguckt, wo das Transfer-Ding ist. Okay, der ist nicht schlecht. Ja, okay, den werde ich nicht kriegen, komm. Ich gehe mit dem auch ein bisschen auf den Sack. Ich habe leider keinen Double Charge. Und keinen Shapeshift. Ich shapeshifte jetzt nicht. Komm, scheiße, auf. Ich ziehe jetzt hier durch. Oh, er hat aufgemountet. Ja, komm, ich charge mal gleich. Krieg da einmal hier ein Ding. Okay, aber die hauen... Oh, sie haben den Rock umgehauen. Jetzt wird es nochmal interessant, Leute. Jetzt wird es nochmal interessant. Ach, natürlich. Jetzt ziehen sie mich jetzt weg und heilen sie wieder hoch. Und der Rock hat gerestaffed. Das darf eigentlich... Ja, jetzt... Jetzt wird er einfach nur Abfuck-Taktik spielen. Ach, der Rogue fuckt mich jetzt einfach nur ab. Ja, der macht wieder Ring. Okay. Ich habe halt keinen Doppel-Charge dabei, ne? Okay, jetzt habe ich... Ich kriege halt wieder einen Stun rein in die Fresse. Da habe ich halt nichts mehr. Mal gucken, dass das nicht nur nach hinten losgeht. Jetzt hat er seine Stacks auslaufen lassen. Okay. Was hat er jetzt vor? Jetzt blindet er mich halt. Okay. Ist jetzt gelieft. Ne, ist er nicht. Lässt er sich jetzt umhauen, oder was? Ach, fuck. Für so eine Scheiße bräuchte ich echt Doppel... Ähm, Doppel-Charging. Habe ich mir aber rausgenommen, um meine Teammates zu saven, ne? Puh, dass sie den Rogue noch umgeboxt haben, ne? Hier... Nicht schlecht. Was, wenn ihr welchen oder der Globe benutzt? Uh... Jetzt wird hier... Wird hier aufgedeckt. Ah, ich bin am Belügen. Eigentlich kann ich ja openen und, äh, der Rogue erst dann rein. Ah, ich bin am Belügen. Was ist denn das hier? Also ich kann aber fast nicht open reingehen, weil sonst kann er keinen zappen, ne? Flare. Camouflage. Ja, okay. Was haben wir denn... Wir können einfach auf den Healer, äh, auf den Healer gehen. Ja, komm, ich open einfach auf dem Healer. Scheiß, juckt mich halt nicht. Wiebden saht, tief, Arsenal? Evaluation. Counter. Trinkt hoch. Halter. 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 Halter coal. Halter. Halt, wie oft kann denn der seine Scheiße machen? Er geht jetzt voll auf den Rogue, oder was? Ich dachte, wir wollten auf den Dings gehen, auf den Heiler. Also irgendwie ist es halt so okay, wenn jeder auf was anderes geht. Fuck it. Der Heiler war halt schon ganz gut. Jetzt läuft halt alles aus, weißt du? Was macht der denn? Okay, er hat da einfach eine Trap reingehauen. Ich geh jetzt mit auf den Rogue, aber er hat halt Cloak und wenn es blöd läuft und er die Cloak trockt... ... äh... Ah, fuck! Jetzt hab ich in den Live-Pakun reingedingst. Jetzt glockt er halt einmal hier. Muss mein... muss mein Maid supporten, muss den stunnen. Ich glaub, das wär mit Voice halt echt angenehmer. Weil jeder geht halt auf was anderes. Ja, jetzt kriegt er halt wieder Cloak. Das ist halt komplett weggetrappt. Ich hab ihn jetzt ein bisschen off-gehealt. Wir müssen halt eigentlich auf den Heiler gehen. Was geht er denn? Geht er jetzt auf den Hunter, auf den Rogue? Jetzt kriegt er halt Live-Pakun hier. Hör mal! Kör mal! Gekku-Kon down! Ring of Peace! Free drive to me! Countered! Eventual! Evasion Kidney! Dispell! Dior Deathless! Also wir gehen halt immer auf irgendwas anderes und kriegen halt nix runter so. Ja, jetzt hat er halt noch Deterrence. Jetzt werde ich komplett wieder rausgenommen. Hm. Ah, fuck it. Habe ich mal... Oh, habt ihr den gesehen? Angecharzt, gestunnt und dann ist er down gegangen. Alter, war das jetzt ein Ding, aber der ist auch schon fast OM, ne? Holy moly, das war ein... Ein... Ein Kampf... Alter, ich hab halt 5,2 Millionen Damage gemacht. Schau dir den Scheiß an. 5,2 Millionen.